Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Da müssen hier jemanden suchen und finden und kaputt machen. Die Schläger. Ja, ich fliege hier mal mit meinem Adler um die Gegend. Da ist das verlassene Haus. Ich war übrigens auch schon unterwegs und habe was gesucht, aber dann bin ich ganz woanders gekommen. Da sind aber viele. Dann ist hier auch noch irgendwas. Wahrscheinlich im Meer, ja war klar. Oh, schau mal. Da habe ich jetzt keine Lust, das zu machen. Oh, da ist noch eine Statue des Schreckens. Schöner Hafen. Oh, da gibt es auch tolle Sachen zu machen. Das gefällt mir hier. Oh nein, nicht der schon wieder. Na, eigentlich könnte man fast aufnehmen. Oh, oh, der ist ja da und hat mich gesehen. Wie man sieht, ich habe hier die Ausrüstung erst ein bisschen angeglichen. Ich bin jetzt zwar ein bisschen schwächer unterwegs, aber da scheiße ich drauf. Dann gehen wir da so den Typ hin und vielleicht können wir ja was verbessern. Was darf ich dir zeigen? Ähm, verbessern. Verkaufen. Äh, verbessern. Am besten, das wollen wir nicht. Das Schwert hier. Kann ich das nicht verbessern oder wie schaut das aus? Bist du für einer? Ach, ich habe gar nichts von dem ganzen Zeug. Ich habe bloß das Geld. Warum wird mir das dann angezeigt? Kann ich den Helm verbessern? Ah, auch nicht. Ja, da muss ich ein paar Viecher abmoxen. Na, dann scheiße drauf. Ja, danke für nichts, du Affe. So. Klau mal ein bisschen Geld. Das ist gut für die Moral. Leute, immer schön klauen. Das Beste, was es gibt. Ich haue jetzt da ab von dem Kerl, weil ich keinen Bock habe auf einen Kampf mit dem. So, wo müssen wir hin? Nee, da nicht. Wird mir das jetzt eigentlich angezeigt, wo ich hin muss? Ich muss doch irgendwo da rüber. Ah, ich fliege jetzt wieder mit meinem Vogel. Warte, das verlassene Stück. Ach, da hinten. Schwing, kang, jong. Ja, er ist da hinten. Ich habe einen Schatz gesehen. Mein Gott, demnächst bringe ich ihn halt um. Da bin ich. Ja, wunderbar. Fliegen kleine Glühwürmer rum. So. Mein Pferd hat das auch ein bisschen anders. Ding. Hier schaut anders und besser aus. Ah, da sind sie ja. Okay, ich steig mal ab. Müssen Schläger kaputt machen. Endlich haben wir es. Da müssen wir Menschen töten. Warum rennt der jetzt weg? Was? Ist das ein Tier, oder was? Scheiße, ich brauche so ein kleines Tier ein. Oh, der Ander auch schon wieder da hinten. Der rennt es tatsächlich auf mich zu, oder? Der rennt hierher. Alter, es rennt er auch noch hierher. Ja, was denn? Wo denn? Alter, jetzt erreicht es noch. Ja. Geh in Deckung. Grabe da oben rauf. Das Beste, was... Da geht er tatsächlich in Deckung. Ja, hier. Viel Spaß beim Suchen. Ich geh wieder weg. Ah ja, was heils. Attacke! Hilfe! Für Sparta! Komm jetzt! Oh, 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 ich brenne! Ah, ich brenne! Ich bin Feuer und Flamme, Baby! Oh nein, oh nein, das kommt ja auch noch. Alter! Ich hau es ab! Hopp! Alter, jetzt! So. Ah, toll! Oh, geil, mitten im Kampf. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht, aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldner. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, Ehemalige, schätze ich. Also, arbeitest du nicht für den Zykloten? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kephalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Ja, dem folgen wir auf jeden Fall. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut. Also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldner? Versag nicht. Ja, nice. Und sind auch weg vom Gegner. Super Sache. Ohne Witz. Neue Quest. Penelopis Totentuch. Äh, Tuch. Woher wir das machen, weiß ich es noch nicht. Wann wir das machen. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Darum dranbleiben. Daumen, liken, alles was geht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Infected Delta. Und Alexios. Ich glaube. Und invece. Dich. Ja.